Das ist mein Streaming-Bot, der hört uns zu, sozusagen. Achso. Jetzt hören uns die anderen auch, oder wie? Ja, richtig. Heute mal auf Deutsch hier im Stream. Wahnsinn, ne? Heute auf Deutsch. Hab ich irgendein Bund. Siehst du auch, ob jemand zuhört oder zuschaut? Ja, das sieht man wohl. Dann sag das mal, weil dann... Quatsch ich kein dummes Zeug mehr. Ja, das ist hinterher sowieso als Switch nicht verfügbar, von daher... Achso. Ja, wir spielen ja sowieso auf der Map, die ich irgendwie kacke finde. Vollkacke. Das ist ne richtige Bunkerkacke. Ich hab mal groß German davor, dass es hier ein deutscher Stream ist. Also alles, was ihr sagen, können die sich dann anhören. Ja, ist das richtig. Also nix Privates mehr. Nö. Auch das mehr, ehrlich gesagt, Schnurz. Können Sie auch hinterher löschen, oder so. Ach, alles gut. Lustig ist, wenn ich streame, dann meistens achte ich nicht mehr darauf, was ich baue. Das ist ganz lustig. Oder meistens irgendwelchen Krempel und so. Dann da hinten die Doktor rumfliegen. Wir spielen ja mit Live in Peace, um Gottes Willen. Oh, Quatsch. Oh, ich dachte, ich kann den jetzt kaputt machen, aber der spielt ja mit uns. Was der Pro so macht hier. Ich muss er nicht mehr zur Brücke da ausnehmen. Mal hin, du. Da muss er hin. Kollege. Der checkt das auch nicht, ne? Dass er da oben hinfallen soll. Nee, der. Jetzt kommt er. Nicht sowas. Es ist sowieso zu spät. Ich springe gegen Kartell anscheinend. Öff. Das ist noch keiner in der Bank drin. Sehr erstaunlich. Boah, ist das ein Arschschot. Der stellt den Hubschrauber so, dass ich ihn nicht sehen kann. Kommt er mit Soldaten? Ist er fertig, oder was? Offenbar. Der Stress, oder? Was ist das denn vor? Nur Marines? Ist ja voll mutig. Direkt da für mir. Aha, musst du noch aufpassen. Das ist bestimmt ein... Bega. Mach ich doch mal auf die Brücke und kill die. Boah, nee, der hat einen Sniper. Äh, ein Dings dabei. Viper. Viper, Viper. Die sind zu geil. Und die die verfickte Bank nicht haben. Das sind ja echt komische Leute. Vielleicht kommen die irgendwie ein paar Minuten auf die Idee. Oh, wir können ja mal die Bank holen. Äh, durchaus möglich, ja. Vor allem Peace macht bei mir ein Symbol, als ob ich das nicht sehen würde. Helikopter? Nee. Achso, die Männer da. Die da rüber laufen. Ja. Der scoutet mich. Es sind ja keine Einheiten drin in dem Heli, oder? Oh nein, meine Einheit kann ich raus. Weiß. Kann ich keine Barrags bauen, weil das verfluchte Ding feststeckt. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein Kack-Bug. Oh ja. Upgrade completed. Construction impossible. Oh ja. Oh ja, er hat sogar das Recon-Team-Upgrade gemacht, wie die Kanadwerfer. Um Gottes Willen. Upgrade completed. Building completed. Deckt ein bisschen, oder? Building completed. Kann sein. Ich hab' ich jetzt nicht so drauf geachtet. Oh nein. Was ist denn das? Bei mir fährt da irgendwas rüber. Weiß. Ich werde dir gleich mal helfen, ne? Construction impossible. Ich glaub' ich komm' klar. Ich will zwar in Außenposten verkaufen, aber... Building completed. Building completed. Du nehmt du gerade in der Raffinerie? Nee, doch nicht. Nee, nee. Das verkauf ich schon. Okidoki. Building completed. Kannst du auf den Typen schießen, der meine Raffinerie da einnimmt? Klar. Warum macht das nicht automatisch? Danke. Wahnsinn. Braucht sie's nämlich nicht verkaufen. Jetzt kommt ihr kein mehr durch. Hat mich aber trotzdem zurückgeschmissen. Wir müssen das Fahrzeug hin... Wir müssen das Fahrzeug hin... Weiß fliegt einer oder was? Das ist ganz schön hart, denke ich, der Kollege. Ja, da komm' ich mit, klar. Ja, das ist das Crusher Upgrade. Da kommt gar nichts durch. Ich mach' mal ne Phalanx an die Front. Warum nicht? Beim gehen erst? Bei dir? Hm, ok. Und ein paar Trevelins. Sollte es eigentlich erstmal sicher sein. So bumms. Nee, ich glaub' ich komm' klar jetzt. Ja. Oh nee, da kommt schon wieder... Alter, der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Typ. Kann ich nachvollziehen. Survey team at your disposal. Building completed. Going fast. Full throttle. Building completed. Step from the shoreline. Building completed. Building in front of me. Target ahead. Permission to engage. Building in front of me. Building completed. Building complete. Sk Harr open. Ich habe voll den Aluminiummangel hier vergessen Aluminium Raffinarien zu bauen. Die Luke mäßig von mir. Was, der hat die Gebäude nicht besetzt, der baut Abrams Panzer, das ist ja geil. Ich werde jetzt mit meinen Flugzeugen dazu bringen, dass er Luftabwehr baut. Super geil. I'm the driver. F-35. Unit is under attack. No amulets. Use the next space. Aluminium field depleted. Okay, in der Mitte ist schon mal Party. Jawoll. Gott, da ist ja gar nichts. Ah, ich glaube das Spiel wird etwas kürzer als gedacht. Kannst du da in seiner Base rumlaufen? Hyperus. Ah, ich habe mir gedacht, er geht nur auf Administrationscenter. So wenig Aluminium, das ist echt krank. Der Peace hat ja gar keine Abwehr gehabt. Also gar keine, das war ja easy. Genau. Ich glaube da vielleicht, es geht gleich schon auf, glaube ich. Wie ich das hier sehe. Geben jetzt alle gleich auf. Ja. Ich bin ein Rock, ich bin ein Stone. Building in front of mich. Building in front. Upgrade completed. Stealth Enemy Unit Detected. Oilfield Depleted. E-Minute lost. Oh. Na ja alle Watt. etwas langweilig aber merke ich sofort die woche nicht gespielt erst merkt man sich ein bisschen eingerostet ja ich habe auch fünf tage nicht mehr gespielt jetzt kommt Ich würde ja noch meine Prisoner kaputt machen, was ist ein Arschloch. Ne, 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 so wird das ja nun nix. Ja, ich würde ja noch ein Arschloch sehen. Ich will die nicht einfach raufgeben. Da ist ja eh nur noch einer drin, oder? Ja. Der baut sogar noch was hier unten. Ah ja. Hast du schon einen, der in den Stream schaut? Ja, einer tatsächlich. Jawohl, herzlich willkommen. Du hast recht. Ich wurde heute schon mal gespielt. Und ja, da sind ja immerhin vier Leute dabei. Jawohl. Ja, das ist bei dem Spiel echt schwierig. Also wenn ich zum Beispiel StarCraft streamen würde, ich glaube, da würde die Bude brennen. Ich gehe jetzt relativ fix auf die 100 zu. Oh Gott, das war auch noch ohne Super-Waffen. Und dann auch noch, um Gottes Willen. Hat das Peace gehostet eigentlich? Ja, sicher. Ach du Kacke. Boah. Deswegen poste du mal. Ich bring mal ganz kurz meinen Akku im Kühlschrank wieder. Mein Kühlakku. Bis gleich. Ich will. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wieder da mal sehen wer hier so kommt im klaren tag wahrscheinlich niemand im klaren tag wahrscheinlich also wenn der entwickler so weitermacht dann ist das spiel im halben jahr mause tot er macht ja gar nichts der entwickler angeblich kommt er bald so ein patch mit neuen maps und so aber also das ja 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 3 und 3, der ist ein bisschen doof, der Typ Ah, du bist der eine So, schnell Peace einlade ich Boah Die Map auch noch, Gott zu Gott Mann Oh, die Map und dann Very High Resources Ich hoffe mal, dass die eine andere Map nehmen Das wäre ja Okay, dein Englisch ist besser, schreib mal, er soll normale Ressourcen nehmen Ist ja echt lägerlich Was macht der da? Ich würde ein 4 gegen 4 machen, glaube ich Nein Warum auch immer Boah Boah Ey, gar keiner ist Boah ey Vor allem dieses Bunte Geht mir auch auf den Pister beim Lesen Ja Ja Ich bin dieses jetzt rausgegangen Ich mach ein eigenes Spiel auf Ja, aber so richtig schneiden tut das ja nicht Hier ist ein Team Hier ist ein Team Boah Und die kicken mich nicht Das ist interessant Ich hab sogar auf dem Stream sogar das drauf, wo die mich gekickt haben Ich bin ja nicht nachtragend Ich bin ja nicht nachtragend Gäste Gäste Achso Ich hab nur wenige Leute live Am Wochentag Abends zu Meistens am Wochenende Was los Wenn du dein Recon Team nicht gebrauchen solltest, dann kannst du mich da unterstützen, gleich bei der Bank Wo ist denn das Wo hast du an? Links oder rechts? Ah, rechts Okay Ja Versuch mal Vielleicht kann ich den Typen auch ablenken Dann ist der oben abgelenkt Und dann kannst du unten weg Dingsen Ging auch noch Spaß Oh, er verfolgt mich Lol Ne, 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 ne Ne, 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 ne Ne, 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 ne Komm mir denn hier Aha Noon Ah Kill him Ich hab den Ami hier auf meiner Seite, er nimmt schon Gebäude ein Und Sauer nimmt Gebäude ein? Mein Ami auf der Seite Achso, dein Gegner nimmt Gebäude ein? Jaja Achso Na hauptsache nicht der eine, wa? Nein Oh, das war knapp Ja, wo soll Quascher hin? Okay. Bank habe ich. Sehr schön. Dann werde ich jetzt seine Raffinerien wegficken. Hoffe ich zumindest. Auch auf den Ami oder wo gehst du drauf? Ja. Gut, gut. Das ist eigentlich so. Ah, was ist da drin? Nur im Narin? What the fuck. Ist ja ein Narin über hier drin. Das war's. Ah, stop. Another transport mission. Unit is under attack. Marines never die. Engine running. Wait in your order. Terror Marine moving up. Wait for me taxi. Target ahead. Permission to engage. Unit is under attack. Another transport mission? Marine never die. Hurrah. Unit lost. Unit ihr werden? Mein Title istluent und macht nicht davon meinapaak. Das wird hier verhangt. Das war Running. Dann wird hier schwimmen. Okay und gehen über die Meinung nach. Ich weiß nicht was den Shinriera macht. Nicht, dass der uns überrascht. Ok, der US-Mensch ist schon mal relativ aus dem Spiel rausgenommen. Ja, der hängt zumindest, ja. Ok, der geht schon mal auf Helikopter, der Kollege. Ok. Oh, da kommt was. Ich sehe es, ja. Nein, das ist nicht langsam wie es sagt, Stryker ohne Taschen hier. Ich habe halt ein Bild gemacht, der wirklich ziemlich economy-mäßig ist, deswegen habe ich jetzt noch nicht so viel. Egal, ich habe das Crusher-Upgrade, wir kriegen den ja wohl kaputt, die zwei Panzer da. Das denke ich auch. Ja gut, die werden sich gedacht haben, naja, irgendwie Druck machen müssen wir ja. Ja. Jupp. Hast du schon? Building completed. Auf jeden Fall ist möglichst fix jetzt ein Flugfeld hier. Flughafen gegen Hubschrauber. Jetzt kommen Helis. Oh, ok, ok. Doch sehr schnell im Flugfeld. Problematisch. Mann. Aber die Crusher schießen die kaputt, das ist so geil. Pass auf, da sind bestimmt noch Marines drin oder so. Wow. Jawoll. Jawoll. Das war ja ein Held, der Typ. Ja, das war ein bisschen unglücklich. Hätte er mehr von machen können, ne? Oh nein. Was ist los? Ah, oben rechts. Meine Tower werden nicht fertig. Ah. Keine Güte, wenn man echt mal ne Woche lang nicht spielt, da hat man echt ganz schöne Problems. Das war Peace eigentlich so. Der hat ja fast nichts. Jetzt baut der Striker, das ist schon mal gut. Alles gut, alles gut bei mir. Ich bin immer sehr interessiert, was der Kartelltyp so treibt. Jetzt zieh ich mal kurz hin. Boah, jetzt wär nicht gut. Boah, jetzt fuckt er mich aber ab. Fertig Brad. Glockouf See. Glockouf See. Der Faust von den Klamer. Goldstein. Bind an Angela. Glockouf See. Glockouf See. Bind an Angela. Glockouf See. Glockouf See. Glockouf See. Es ist mal geil, wie die Flugzeuge immer daneben schießen. Das war sowas. Oh, steht der da schon wieder, oder was, immer noch? Ja, nicht. Brauch mal den Flughafen, bitte. Dann kann ich die Flieger da schon wieder hinschicken zu dir. Oh mein Gott, er hat doch nur Pumas, oder? Gott, ist das lame. Ja, ja, fahr zu meiner Phalanx, kein Problem. Fahr da ruhig hoch. Viel Spaß. Hat der einschweinender Typ. Der zeigt ganz knapp, außerhalb des Bereichs, der verlängert es durch die Gegend. Was soll ich denn mit einem Flughafen, was brauchst du denn? Dann kann ich die Flugzeuge von deinem Flughafen starten lassen. Echt? Echt. Also ein Hubschrauber-Landeplatz, oder was meinst du? Ach nee, ein Flughafen. Ja, hieß der Airportpunkt, wie auch immer das Ding heißt, bei Kamera. Er startet einen Angriff auf seinen Tower. Äh, auf seine Bank. Okay. Aber hat's nicht geschafft. Er kommt an Alu nicht dran, ne? Das ist da, mein Freund. Ich nervte den Kartelltypen ganz schön mit meinen Flugzeugen. Was macht der Camaro eigentlich so in der Mitte? Der geht mir auf den Keks, das will gar nichts wissen. Weiß ich nicht, aber der kann gefährlich werden. Ich glaube, den muss ich jetzt mal ganz toll durchroffeln und sein Aluminium wegbomben. So, wen soll ich denn? Ich glaube, ich gehe lieber auf den Chimera-Typen, als auf den Ami. Ja, wo ist er eigentlich selten in der Erde, da unten, okay. Also, ich halte gerade den Kartell klein mit den Flugzeugen. Was macht der mies? Macht der überhaupt irgendwas? Ja, was er macht. In der Mitte ist er total am rumnödelnden. Der Himmelich ist kaputt. Ja, der fährt das mit mir mit, wie es aussieht. Ja, nicht da lang. Da lang. Der Deckmeister oben auf dem Birke-Typ. Gott, oh Gott. Das ist ja der... Totale Po-Clan hier. Ich wundere, dass sie mich immer kicken. Die werden mich auch in Zukunft wieder kicken. Gut. Dann mach du mal den US-Typen platt. Ich wollte eigentlich zum Chimera rüber. Achso, ja, mach du. Okay. Der scheint aber auch ungefährlich zu sein. Ziemlich, ja. Ja. Oh, nee, da kommt was. Was kommt denn da? Pumas. Wieso sind eigentlich meine komischen Einheiten da so doof rum? Jo, da hast du ja schon mal Kleinholz, was? Ja. Kann da nichts auswirken. Oh, guck mal, der Base von uns. Sehe ich gerade. Bei euch da, ja. Der ist ein Auftrag, der Junge. Niedlich. Okay, die waren ja echt schlecht. Okay, ich bräuchte, glaube ich. Naja. Ach, das ist sowieso egal. Der macht eh nichts. Nee, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Sag was. Ja, ja. Den wähle ich locker ab. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. hab ich das spiel nicht gehostet warum ist denn das ohne super ich glaube die hätten jetzt ganz gerne super waffen gegen meine riesige panzer armee nämlich weil manche sind superwaffen gar nicht mal so unschön naja dann bilden hat er ist schon immer kaputt er hat die ganze zeit die bank nicht zurück erobern könnte der armee da oben waren dreimal alu der kann ja kaum alu gehabt haben richtig ja und direkt in seinem spektat in die armee rein ja ich glaube beim nächsten mal kicken die mich wieder das glaube ich auch obwohl ich gar nicht so extrem gut gespielt habe um ehrlich zu sein naja die sache ist halt die mit diesem dieser anfangs haben wie krempel der kostet echt viele ressourcen aus dass ein bisschen geklappt immerhin bei offenerien oder drei welche weggenommen was sagen denn die zuschauer zu diesem spiel habe ich auch welche gucken was wenn welche da sind meistens schon aber ich glaube im moment habe ich tatsächlich keine live zu sehr interessanterweise naja aber ich denke mal die werden wohl dass man die live angucken weil ich auch sonst auf englisch streame und jetzt auf deutsch vielleicht liegt es auch daran kann auch sein willst du hosten mega etwas außen mal sehen ob ich gekickt werde einer schreibt schon mal lol ich habe mal gucken ob die mich dann mal die fangen an dann gehe ich wieder raus weil es dann waren könnte zu frei für euch ist hat schon eingeladen aber der soll eine andere map machen die geht gar nicht pro games was macht er dann in dem spiel exakt jetzt geht es mir auch egal kann ich nehmen ach die map ist gut die ist besser ja die sache ist nur die dass irgendwie viele leute reinkommen gerade noobs reinkommen obwohl da steht no noobs weil die das dass ihre teammates total gut wären und die dann durchziehen würden ja ja ich weiß deswegen dass am ende ein ganzes spiel voll mit noobs jeder vom anderen denkt die wären pros das ist so geil ja vor ein paar tagen hat mich jemand tatsächlich im spiel platt gemacht ach das war interessant ich war sogar im stream drin das kann man das kann man noch bestaunen zu sagen der hat nur nur mörser gebaut von anfang an ich habe den halt nicht gescoutet und das war ein fehler und ja mörser sind relativ stark musste ich feststellen auch gegen fahrzeuge und so ein krempel also das hat das hat geknallt jetzt haben wir peace bei uns im team als pro gamer weißt du wie glücklich der ist dass wir online sind endlich gewinnt er mal wieder glaube ich richtig schwierig mit ecstatic den kannst du zocken richtig nörgelt nicht rum warum macht ein superwaffen aus gehören zum spiel dazu nur weil der so langsam aufbaut dass er bei defcon 2 ist und die gegner bei defcon 1 schon sind sollte er besser spielen scouten man kann ja schon durch scouten herausfinden ob der die superwaffen bauen kann oder das ist nicht so schwierig ich habe Hier ist so ein Parkplatz auf dem Berg, das ist interessant. Es ist ja lustig, dass ich die Bank nicht mal leisten kann, den Parkplatz zu pflastern. Das finde ich interessant. Es ist ein Parkplatz. Ich habe ein Parkplatz, das ist ein Parkplatz. Ich bin ein Parkplatz, die ich habe. Ich habe ein Parkplatz, die ich habe. Ok, stelle ich mal am besten da an den Berg, da kommt das Recon Team ja hoch. Wenn ich da hinstelle ist, dann ist er tot, bevor er mit U-Bahn kommt. Und mit Q, Q und ein Linksklick. Wird das hinhauen. Wo ist angreifen dann oder was? Ja. Nein, er kommt von der anderen Seite. Oh. Ja, fahr einfach drauf zu, wie so ein Verrückter. Habe ich gekehlt. Wer schießt denn da auf mich? Ach, der hat einen Turret in der Base. Ok. Oh nein, kurischer Upgrade. Drei Prisoners habe ich. Cool. Ich habe aber auch welche verloren, zwei Stück. Sch... Blau, ne? Oh. Nein, Quatsch. Ich glaube aber auch, das war ein anderes Recon Team von einem anderen. Ok. Wie war dein Tag? Nein, nein, nein. Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Ich bin davon aus, ich war kein Funktionier. Ja, du bist genau der Tag? Das ist hier, du hast wie viel eins für alle. Und der Tag noch? Ja... Wenn du das mal machbar anpacken, kannst du? Aber ich kann das mal umgehen, kannst du Geld nehmen? Ich habe das mal geben. Ja, ich kann das jetzt nicht gut. Der ist voll der Noob Geh ich nicht Ein Titelnduss Weil ich ihn da oben abgeplackt gemacht habe Könnte was dran sein, ja Ich bin da oben Ich bin da oben Ich bin da oben Was ist möglich? Building completed. Was machst du denn? Seit wann du verteidigst. Ach so, einen reinpacke. Kannste zwischen uns auch mal machen. Nach links hin. Was war los? Saluto fällt in seine Base rein. Boah, jetzt muss ich wegen einem Panzer Quascha abgebilden machen, oder was? Der nimmt gleich den Haku ein, ne? Vorsicht. Ja. Der nimmt gleich den Haku ein. Du musst irgendwas tun. Das ist zu spät. Fahre mit den Quaschern dahin. Fahre mit den Quaschern dahin. Dahin fahren, dahin fahren, dahin fahren. Oh, mein lieber Herrgesangverein. Das ist aber relativ knapp. Nein! Oh Junge, du musst den Außenposten canceln, wenn der da einen rollt. Ich habe noch genug Ressourcen. Ich baue mir einen neuen Haku. Maximum storage reached. Ja. Du wirst nur relativ viele Türme bauen, der Kollege. Das ist das Problem. Fängt schon an mit Tower, der Wichser. Ah ja. Das war absehbar. Och Mensch, warum... Warum... Warum lässt du dir das Haku mal wegnehmen? Bleib locker! Gar nicht. Und du musst dich Quaschern weiter Sonder stellen, sonst werden die gleich weggehen. Weg da... Ich rush... in. Ach, in. Ah, ok. Ah. Unit is under attack. Lol. Metal Storms. Mein Gott, das sind aber sneaky Leute hier, du. Ah, jetzt ist das ein Wichser. Ich komm mal weg. Das ist ein Wichser. Und das ist, aber ich habe das ein Wichser. fahren und ja das wird wohl knallen dann fühlt sich jetzt ganz toll dass er in seiner base ist verklemmert sein gesamtes aluminium mit diesen blöden türmen bilden ok ich dich doch echt naja den kriegen wir schon gleich ja ich liebe ja noch Ah, schon ein Skandal, ne, dass der so durchgefahren ist. Wo war er? Der in der Mitte durchgefahren, da wo du wen platzieren solltest. Das war mein Wunsch. Was, der ist links durchgefahren? Das kann nicht, da standen zwei Türme. Nee, die wurden gebaut, nachdem der durch war. Ehrlich? 100%, 100%ig. Oh, ist der da als nächster ein? Ist der bescheuert, oder was? Ja, das wäre, glaube ich, besser, wenn du einfach... Ja, okay, du hast noch Geld, ne? Ja, ich werde mal hier ein paar Dinger einstellen. Nicht, dass der da seine Sachen wegcaptured. Okay, jetzt. Werfen wir ihn an. Und die Soldaten, die da drunten zu meinen Raffinerien laufen. Ja, ja, hab ich vor. Komm schon, Task 1. Also einfach in die Base von dem rein. Fuck, der Junge. Das macht Pies immer falsch. Der schickt immer seine Striker vorweg, anstatt die mal mit den Reparaturfahrzeugen reinzuschicken. Was ist denn los? What the fuck? Oh, es ist so... Das gibt's auch... Warte, hat keine Fällings in seiner Base. Alter, was ist... Der hat keine Fällings in seiner Base. Das ist ein totaler Dorf. Okay. Ey, das ist endlich mal ein Spiel, was interessant wird. Juhu! Ja, offenbar. Hilfe ich dir gerade. Ah, ihr seht gleich tot. Wart der denn da in HQ hin? Sein HQ verloren? Alter. Ja, natürlich hat er seinen HQ verloren, weil er nie eine Fällings in seiner verfickten Base baut. Das ist ein richtiger Horn-Ochse manchmal. Hier, guck mal. Da. Was braucht der auch. Geiles Game. Das ist mal ein geiles Game. Ah, sweet. Beiß ein, bald. Meine Base komplett was nicht rein, in seinen verfickten Drecksdingern. Abrams? Joll. Ohne Upgrade. Ohne Scheiß, du darfst dich beim nächsten Mal nicht von solchen Kindertaktiken kaputt machen lassen. Das ist ja peinlich. Ey, das macht's voll interessant. Ja, absolut. Good night. Ja, good night. Wie meint er, meint er uns? Ich hoffe nicht. Mein Gott, er schickt, er schickt, äh, Brum Brum Fahrzeuge. Wie heißen diese Dinger? Sammelfahrzeuge. Ja, immer schicken müssen. Oh, hier ist schon ein neues HQ. Das ist gut. Ey, das alte hole ich mir gleich wieder. Hab ich zwei. Geiles Game. Das hat Spaß gemacht. Das war lustig, ja. Ihr wurdet beide weggebummst. Wir waren der Chimera. Das sind mir die richtigen. Super Waffen ausmachen und dann von diesen kleinen Metal Storms kaputt gemacht werden. So, ich hoste jetzt mal hier. Jawoll. Eine Kindereinstellung. Standard. Super Waffen erlaubt. Jawoll. Früher habe ich noch immer einen Turm in der Base gebaut am Anfang. Also für ein One and One mache ich das ja auch. Ja, aber beim nächsten Mal musst du wirklich direkt canceln, ne, den Outpost. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ich schicke mich einfach mal mal ab. Ich schicke mich jetzt mal ab. Ich schicke mich einfach mal ab. Ich schicke mich einfach mal ab. Ich bin auch in der Zeit. Weil du hast in der Luft schön geübt. Ich hoffe, ich hilfe dir nicht. Ohne andere Wand. Boah, si. Doch, die schieß' aber gegen Air. Ja, aber noch so gut. Ohne Air-Update sind die schwach. Und wenn du es update machst, brauchst du aber Rote Erde dafür. dann ging er auch aber gegen er sind die beschissen metal stones und schießt auf lufteinheiten ja aber ohne wie gesagt ohne das update schlecht und mit das update geht so also wenn die wenn du die kontern kannst dann entweder mit lufteinheiten oder terminatoren ja oder durch abstand ja das auch klar hit and run kartell guter kartellspieler ist gar kein problem der knackt dass es ist denn lollmann habe ich ihn vorhin schon gefragt gilt ihr ach lol league of legends mein noob game aber league of legends also da muss wirklich so viel zeit reinstecken und auch nur halbwegs durchzublicken na ja und da pissen 16 jähriger ist hat er die zeit das ist doch kein erwachsener man erzählt mir doch nichts 19 ist wenn das sein geburtsjahr ist zumindest ja alle anderen gehen hier noch eine arbeit nach ja und das schafft er nicht eigenes geld verdienen und so an wie können wir denn das spiel mal ein bisschen pushen dass das mal groß rauskommt weil die esl anschreiben das ist überhaupt nicht die esl tauglich moment hat sich ausbalanciert ist ja nicht unbedingt aber das also tatsächlich zu so legge einfach als eine einheit irgendwie befehligt irgendwas zu tun dauert das zwei sekunden bis sie was tut das geht einfach nicht das gibt's das darf das darf im e-sports nicht sein so mal so viel zu wenig spieler gibt ich meine das wer soll das gucken ja selbst wenn ihr auf twitter unterwegs bist dort ist ja auch 3000 jahre bist du mal aber müsste es ja auch bekannter kriegen also das kann man natürlich hier nicht schaffen aber der publisher müsste irgendwie mal ein bisschen geld reinstecken jetzt schreibt live in peace schreibt jetzt bombing base clear fertig und wessen base wurde gerade nochmal weggebombt ich glaube seine wer ist rechts neben mir du ok na gut was schon mal bei kamera eigentlich andere dinge auswählt als nur metalstorms zu bauen er sich ja ich kann alles was soll ich spielen so wieder mal auf terminator ganz früh wenn du dann dein spiel wie kubay baust dann direkt sportprotokoll baust und das weg werden verkaufst direkt das brauchst du nur zum anklicken des dann kann es schon bald losgehen die ordentlich verkaufeln wer hat schon mal ein noob so wie der sich aufbaut um gottes willen er geht aber auf zwei kasernen der ami nikis nikis niki und dann macht er mit der notiz hin warum weiß ich nicht der soll nicht rum nerven er soll Denkt er, ich bin Donk? Ich habe 800 Stunden in diesem Spiel. Geil drauf. Geiler Typ. Allerdings. Sehr lustig, wenn er hinter den Stream anguckt. Die Wirbelin sprechen hier. Der hat die Bank noch nicht, das kann er nicht. So, er greift er mit an, deswegen macht er die Notiz. Ah, ja. Quatsch, der hat die Bank hier noch nicht. Was ist das denn? Wo ist der mit seiner Infanterien? Wer, Peace? Ne, hier, der rechte. Oh. Der baut zwei Kasernen und ist die Bank nicht besetzt. Jetzt brauche ich den SRS. Ah, ich bin da schon auf dem Weg, Kollege. Oh. Geenest. Mit der Linke schon mal keinen Donk. Hui. Hey. Building completed. Bei US-Tüten natürlich ordentlich wissen wir hier. Ne? Das ist gar nicht mal so geil. Drei Stück. Von dem Rechten bin ich verunsichert. Der baut zwei Kasernen und die Bank ist nicht besetzt. Was soll das? Sehe ich nicht. Oder macht der einen Infanterie-Rush? Vielleicht braucht der Helikopter oder so ein Campbell? Hab ich noch nicht gesehen. Dann fährt man einfach in die Base rein oder so, da hinten rum. Keine Ahnung. Mal nachgucken. Guck mal. Ich hab schon mal einen Stinger gebaut, sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Ich hab schon mal eine kleine Scheiße so machen. Hier, guck mal ein bisschen in die Base rein. Direkt hinten rein. Das ist gar nichts. Keine Ahnung. Was ist der Hammer, ey. Krass. Guck dir das mal an. Was ist das denn? Keine Ahnung, der ist ein Noob. Stimmt. Und direkt Multiplayer spielen. Das ist immer eine gute Idee. Was soll's? Ich geh auf Echo und dann... Building completed. Building completed. Building completed. Building completed. Upgrade completed. Building completed. Building completed. Wogegen denn? Keine Ahnung. Vor allem, verblenden wir jetzt sein Geld für den Genester da oben. Und... Vor allem, warum geht der nicht auf seinen Gegner? Gute Frage, ja. Das ist ja total hohl. Der hat doch gesehen, dass der nix hat. Naja. Würdest du ja erwarten. Anstatt einzustören, der stärker ist. Also das ist ja echt hohl. Ja. Ja. Das ist dran. Ja, was soll das? Ja, ich teche grad hier hoch. Ich bin grad am rum techen. Techtech. Oil field depleted. Was ist er denn jetzt für ein Auftrag? Geh ich nicht. Keine Ahnung. Geh ich nicht. Building completed. Building completed. What about you? Building completed. Das war. Building completed. Building completed. E. Peace hat nichts in seiner Base. Es würden nur wenige Einheiten ausreichen, um den komplett Platz zu machen. Naja. Building completed. Lass mal, er verliert da einen ganzen Bunker. Building completed. Weil er da lang fährt, habe ich schon gesehen die ganze Zeit. Ja. Building completed. Er braucht den auch nicht weiter belagern, weil der hat eh nix. Also. Ja, ich kapiere das auch nicht. Er schickt da irgendwie nur ein Genester hin. Das ist jetzt nicht sonderlich. Das ist mal echt klug. Er hat fast nichts. Ich bin Defcon 1 und habe die B2-Bombe. Muss ich mal reinziehen. Dann scout ich den mal hin. Dann scout ich den mal hin. Und dann versuchen wir die B2-Bombe. Und dann finden wir den mal hinten hin. Und dann können wir den was. Und dann schauen wir den mal hin. Durch die B2-Bombe. Aber ich bin der B2-Bombe. Oh, bei mir kommt was. Was kommt? Oh, nur Luft. Das ist aber kein Problem. Ich komme vorbei mit Flugzeugen. So, alle kaputt. Hehehe. Loll. Boom, boom. Ach nö, da hat ja oben... ...Hurals rumstehen. Banane. Building completed. Unit is under attack. I've got eyes on enemy infrastructure. Maximum storage reached. I've got eyes on enemy infrastructure. I've got eyes on enemy infrastructure. Upgrade completed. Building completed. Building completed. ... ... ... ... ... ... Building completed. ... 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 Ja, wo schicke ich dir meine 5G-Zeitungen hin? Ich werde da hin. Ja, wo schicke ich? Was? Ja, wo schicke ich? Du du du! Du du du! splendernus. Wird eigentlich Seriously geschrieben. Wie heißt das? Der, der aufgegeben hat. Mitte, glaube ich. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Er fragt irgendwas, ob du die B-52 Bomber ohne Rote Erde gemacht hast Warum fuckt er nicht mich? Ja, dich hat er gefragt, aber du bist rausgegangen Oh, Enigma ist glaube ich ganz gut Ja, das kann sein Deswegen ist er auch Team Blau gegangen Dies ist aber auch ein Idiot, echt Der hat eine lange Leitung, das muss man sagen Ja Lange Leitung Kick einfach den Roten Und nimm schnell Rot Ja, nimm mal, äh, waiting Hello Hi Sup Ja, wir sind streamen ein A.O.A. Right now User left your channel Du R Warum ist du R? Ja, Junge, dann geh halt Tschüss Kein Problem Boah, diese Leute, die rumlabern Blabla Maybe Nukes will play against you So schnell Blau, ja An die Leute, die sehen auch, dass ich im Clan drin bin Also nicht so schlecht spiele, ne? Das sollte eigentlich Offensichtlich sein Fuck my piece, wenn er 18 wird Das sollte eigentlich sein, wenn er nicht so schlecht spiele, wenn er nicht so schlecht spiele, wenn er nicht so schlecht ist, 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 wenn er nicht so Ich freu mich jedes mal, wenn ich einen auf den Sack bekomme, weil nur dann kann man was lernen. Das ist einfach so. Das stimmt. Gifts haben Bad Gifts. Ist ja geil, dass Peace wirklich ein paar Panzer hatte, während ich mit 6 BZ, wo man den Kinder weggebombt hab. Das fand ich ja super lustig gerade. Oh, was ist das denn für ein Idiot? Ein Gefährlicher dabei, der zwei Base hat, wenn er es halbwegs kann. Ich denke wirklich, er war voll der Pro-Gamer. Oder? Merkt man auch schon, wie er schreit. Ja, ich freu mich jetzt schon, wie er gegen Chimera einen Humvee-Rush machen möchte, aber lass ihn mal einfach machen. Vielleicht ein bisschen der Kartell. Also, have a look. Ich weiß schon wieder. Wenn das nicht besser ist. Ich habe das nicht mehr irraten. Ich habe es versucht, dass ich sie bereitsteier für eurem Versprechen. Töne ich hier. Wenn der Name. Ich habe das nicht. Ich habe es versucht, dass ein Einmal oder ein Baine gesammert. Ich habe es versucht, dass ihr das nicht verwendet. Ich habe es versucht, dass ein Baine entfernt. Ihr nevonfacher auf dem Eiweck. Ihr habt dieflammel die Baine von Eiweck. Baine? Das wäre einfach wahnsinnig gut für die Ziemale Kette ist. Jetzt schreibt der was von Rehost, oh Gott, von mir aus, die alle rausgehen. Ja, also ich sehe das nicht rein, ich gebe nie auf, auch wenn meine eigenen Leute aufgeben, das bin schnutzig. Ich auch nicht, kannst ja weiterspielen. Wenn einer ein bisschen was kann, dann kann er mit zwei Base ja... Ja, wohl wahr, vor allem, wenn es in der Mitte des Spiels passiert, das ist schon krass. Weil es ist ja am Anfang passiert, das heißt, also wenn wirklich in 3 gegen 3 im Spiel so nach ein paar Minuten, die man rausfliegt und ein guter Spieler bekommt die Base, dann geht es richtig zur Sache. Das ist halt richtig. Wohl wahr. Das ist halt richtig. Ja. Hier rechts ist die Base, die Verlassung, Brülle. Ja. FOTV, was heißt das denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, es sollte eigentlich alle gehen. Wo ist denn sein Humvee Rush? Hat er den schon gemacht oder habe ich was verpasst? Bereitet immer noch vor. Bereitet ihn noch vor? Er packt ja Jevil ins rein. Ich weiß nicht so genau warum. Wir werden vielleicht ein Gebäude besetzen oder so. Weiß es nicht. Okay. Von wem hat er sich das denn wieder abgeguckt? Bei mir garantiert nicht. Nichts. Was ist denn? Wird das auch gut? Wird das auch gut? Verhalte nach dem Spiel mal Peace, du hast es voll drauf. Dann spült die Brust bei ihm. Oder der Penis, man weiß es nicht. Oder du schreibst, ich guck mir das Replay an, die Taktik war so gut. Nee, sowas mach ich nicht. Aber lustig ist es. Da ist was dran. Was ist denn da drin? Javelin, Javelin. Ich bin mal gespannt, was er gegen dieses Turret in der Base vom Camelot-Typen machen möchte mit den Javelins. Bin ich echt gespannt. Ah, er sitzt da unten ins Gebäude, okay. Ja, gar nicht mal so übel. Aber wenn der Gegner jetzt ein SRS hat, dann ist er natürlich ziemlich gebumst. Das muss man auch mal sehen. Da kommt der Wachtturm, oder? Jo, Karbummel. Da ist der Rush vorbei. Wo war er? Ich mach ein guter Rückzug. Das muss man ihm lassen. Building completed. Ja, das muss man auch mal so gut haben. Und so ist er. Oder nicht. Die Wachtturm. Eine Wachtturm. Wir sind in der Wachtturm, ich meine Kollegen. Und so ist das besitzt. Und so wird er. Und so ist es. Und so ist er. Ist der doof? Widerstrebt mir schon fast das zu kommentieren Ja, mir jetzt geht's Hier gibt's nichts ich kann nicht sehen Building completed. Upgrade completed. Building completed. Construction, impossible. There's nothing I can't make. Building completed. Get in, folks. Building completed. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, hey, vehicle ready, sir. Building completed. Building completed. Unit is under attack. There's nothing I can't fix. Aluminum field depleted. Order ready to fire. There's nothing I can't fix. Adjusting target. Fire. Alert. 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 Unit is under attack. Alerts. 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 That's so harsh. Okay. Diese Mörser-Autos sind echt gut, echt cool. Kann ich den Fliegern das gleiche Angriffsziel auf einmal geben, ohne jeden einzelnen anzuklicken? Nö, es wäre zu einfach. Wie geht nicht? Nö. Wie geht nicht? Wird los. Beobachtung. Movin' zu neuen Locations. Instrukturen Detektiv. Du bombardest? Wird los. Wird los, Wird los, Wird los. 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 Die Mösser sind gegen Gebäude, ey, das ist halt der Oberknaller Krass Die Dinger werden echt zu selten gebaut Mösser Wow Crazy Crazy We ain't got a sports car, you know Crazy Ich habe keine Flieger mit Chimera keine ahnung ich werde es auch nicht verraten wie weißt du es ja klar welchem das was näher dran ist oder ja richtig weiß er offenbar nicht so wirklich die er sonst nie auf bombe aber das merken ja schon ja ja ich hab kein strom bringt nicht viele punkte auf flieger na aber mal was anderes das ist ein fotw muss ich mal kurz googeln auf englisch fall of the wall die mauer gefallen ist ich meinte dass die mauer gefallen ist als sein typ da verändert hat macht ja sogar sinn voll interpretiert und so die eingeladen ist angekommen entschuldige entschuldige wir haben noch so ein online-handy-game ist geil kann ich dir nur empfehlen ein online-handy ja ein online-game halt muss man so nebenbei auf dem handy dockt ach so boi ja wie wollte zwei heißt das Untertitelung des ZDF, 2020 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 vor allem jetzt höre ich mich sogar selber, das ist ja ein bisschen versetzt, das ist ja krass was kann losgehen, wir sind breit. Das ist echt fein, wenn der das nochmal macht. Das ist unfassbar. Das hört sich aber gut an mit dem Sound, eben war ich ein bisschen irritiert, denn du hast was geredet über Teamspeak und ich hab das gehört, was du vor zwei Minuten nochmal geredet hast. Das hört sich über die Software besser an, das hört sich über die Software so an, als würde ich mit so einem Studio-Mikrofon sprechen, aber das tue ich gar nicht, ich hab ein ganz normales iPhone-Headset. Das ist aber nicht schlecht. Ja, das ist dran. Einziges, was ich jetzt so schnell nicht gesehen habe, ob wir jetzt Zuschauer haben. Ja, gute Frage. Na, welche, die damit richtig Geld verdienen, ähm, die haben ja irgendwie dann, dass sie das im Spiel sehen und so, ne, auch mit dem chatten und so weiter. Ja, kann ich auch anmachen, aber bringt was nicht so viel. Dem auf Sponsoren und so'n Kempel. Ja, ja, genau. Ich bin immer links oder rechts, in der Mitte war ich noch gar nicht, heute. Immer Mitte. Ich bin doch gar nicht. Immer random. Verrückt. Ich bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht. Sehr einfach. Ich bin doch gar nicht glücklich. Ich bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht ein Schlaf. IchUN consommiere das kannst. Segen Appel sind dann gleichъяться. Ich bin doch gar nicht, was er. Oh, der geht auf frühe Pumas, der Kollege. Hä? War saufrüh. Die Bank ist schon wieder nicht besetzt, also Leute. Was denn los? Weiß ich nicht. Hast du ihn schon, Crusher, äh, kaputt gemacht? Ja. Oh, hat er noch ein Bierkantin gebaut? Ach ne, das war sein Nachbarn, ne? Ja. Na ja, immerhin kamen keine Prisoner raus aus meinem Fahrzeug da. Bit ist ja schon mal gut. Das ist wahr. Defcon 2. Available. R�i, tschau mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Jawoll, Peace, der kriegt schon wieder einen drüber. Ja, das ist gut. Ja, aber guck mal, der kriegt wirklich einen. Ja, warum baut er einen Genester da hin? Ja, weiß ich nicht. Das hat er einmal bei mir gesehen, jetzt müssen wir das alles kopieren und währenddessen wird seine Base oben weggefickt. Das ist echt, ah doch nicht, er hat Flugzeuge, das ist gut. Hey, Peace, Junge, hätte ich nicht gedacht. Alter, der hat Flugzeuge, jawoll. Aber eins zu wenig. Oh, der ist ein Sniperfahrzeug, ne? Ja. Da war es drin, das sehe ich nicht, ne? Ja, es ist glaube ich nichts drin. Ich da mit meinem Sniper drauf. Oh, der hat einen Mörser gebaut, der Arsch. Ach, das ist ein Flagg-Scheiß. Gar nicht. Oh, der hat zwei Flagg-Geschütze in der Base, jawoll. Ja, Mann. Ich hab schon mal eine Vorhersage. Peace wird nachher garantiert wieder Mittelsturms in seiner Base geblumst. Worteil in der Vorhersage von der Raffinerien eigentlich. An die Front. Geh ich nicht. Der traut sich was, der Mann. Technical Corps at your service. Da holt sich die Bank wieder. Arsch. Dann Rabauke. Da geht's nicht. Oh, ja. I think I saw something. Technical Corps at your service. Building completed. Building completed. Building completed. Building completed. Building completed. Das ist ein Superhand in deiner Base hinten. Ja, also ich sehe gar nicht. Building completed. Building completed. Building to your service. Your Philippe plans. toen bl basat in deiner Base v writers. Wenn er wieder den Hakuin nehmt, ne, dann... Sag ich. Ich habe nur Glück gehabt. So, super. Wer verkackt? Mit dem Brief verkackt? Verkackt alles. Aufnehmung. Freude auf, Führung! Aufnehmung. Maximum storage reached. Was macht denn Pies eigentlich so? Irgendwie, der baut schon BZ-Bomber, obwohl er noch... Oh, der hat auf jeden Fall viel Luft, der Kollege. Ei, ei, ei. Kann ich so mit meinen Strackern reinrollen, dass er richtig derbst durchgenudelt wird. Doop, doop, doopie, doop, doop. Das läuft doch ganz oben, ganz gut da oben auf deinem Berg. Gut aus, ne? Terminatoren sind unterwegs. Läuft. Ich würde sagen, den habe ich. Hey. Ah doch, ich stehe da schon ganz gut, glaube ich. Muss ich eine kleine Masse nur anhäufen da oben und dann passt das schon wieder. Und ich schicke mir Artillerie nach oben. Dann kann ich da gleich alles kaputtschießen von oben. Jo. Das ist der Plan. Oh, jetzt hat er Artillerie. Das ist nicht gut. Die Frage ist, wo ist die denn wohl? Hm. Jetzt los. Was denn? Echt krass in diesem Spiel, ey. Also, wenn da einer surrendert, dann sind die alle weg. Was macht er eigentlich? Hat Spaß. Hat man das doch mal so schön erobert? Ach, da kommt die erste Artillerie von mir, subi. Ah, da steht's. Da schieß ich runter. Das geht ja sogar. Hier ist übrigens ein anderer Grund, warum das Spiel nicht für eSports geregnet ist. Es ist meistens nicht vorhersehbar, ob eine Rakete trifft oder nicht. Das geht einfach nicht. Gerade zum Beispiel das Flugzeug sollte die Artillerie abschießen, hat es aber nicht gemacht. Daneben geschossen. Ja, die war schon tot. Ne, 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 ne. Zu der Unzeitung noch nicht. Ne? Ach, da ist ja was drin in der Bank. Na dann. Na, das ist doch. Weiße Mörserdinger, ey. Ich kann da echt ein Fan von werden, die sind so geil. Vorsicht, die gut. Warst ab. Oh, gut. Warst du, wenn dir jemand und ich staring. S ch'll松 her. Haukungen! Ach, dann Lynther an. Ah, geht's jetzt fez leapfrieren. Jetzt lass die Musik 1978. Let's do that. We're pounding the heart. Maximo storage reached. We ain't got a sports car, you know. Unit is under zap. Try to empty at the ready. Over. Let's do it. Nooil. Nooil. Ui, was hat der denn da alles? Nur Pumas. Noch hat er eine ganze Menge. Aber ich fürchte nicht so lange. Ich werde hier alle auf einem Fleck stehen. Das ist sehr gut für meinen Bomber, der gleich anhoffeln wird. Der hat ganz viel lustige Bomben dabei. Bonbons. Bonbons. Bonbons für alle. Bonbons für alle. Lol. Jawohl. So, das können wir wieder machen. Und Haku kaputt machen. Und. Genau. Und. 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 Ordentliches! Oh, er hat keinen Strom mehr! Oh weia! ich jetzt hoch trage schwingen das war es bei mir war es auch entschieden so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, schauen wir mal, dass es schnell voll wird Wo war ja? Immer random Diese Mörserautos sind echt gut, mein lieber Scholli Die MCs Aber die sind nicht schlecht Oh, Salami, Salami guckt zu Einer der besten Spieler in diesem Spiel Stand Und dann Zugucken, mitspielen Er spricht kein Deutsch Voll, ich kenne jetzt gerade mein Twitch-Passwort nicht, sonst hätte ich mich ja mal eben eingeloggt Und dann nicht auch einfach so schreiben? Geht das nicht? Nee, nee, nur wenn du eingeloggt bist Aber ich habe meins jetzt auf dem anderen Rechner Und ich weiß es gerade nicht Alles klar Aber er hat ja geschrieben, sehe ich gerade So, willkommen, Salim My little Stunt match hier Sort of Einfaches Log live Einer Die apprentice gut ich schreibe da jetzt nichts zu er hat offensichtlich keine ahnung 16 oder so ich bin gar nicht für voll ohne scheiß ja eben allerdings ja 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 so wird das auch mal geredet was schreibt der eine dann nur dass ihr es wisst was will der denn keine ahnung mal sehen was hier los ist oh kartell ich spiele fast nie kartell also wird es lustig naja aber eben dingen sehen die ja nur dich spielen im prinzip ne richtig denn das was du siehst da ist was dann der kein beobachter modus ne und 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 die startet neben gott ich habe eine schwachstelle rechts neben mir gott er ist in der mitte ja eben der okay das ist das ist das ist das ist schön Okay, über mich schon mal Kartell. Okay, Kamera. Kartell, Chimira Kartell. Jawohl. Building completed. Jawohl. Die Bank habe ich. Gut. Was der Kollege so macht über mir. Gut. 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 Building completed. Was ist das? Pechne ich auf die Pasta. Ah, vegan! Nein, Gott, was macht ihr denn da? Ein Schuss und das Ding ist tot, was ist das denn für eine Scheiße? Um Gottes Willen, rufe. 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 So, wie sieht's so bei dir aus? Geht, wa? Ganz gut. Dies, der geht immer mit auf einen. Also, der soll mal alleine was reißen, ey. Noch ein Sack, der Typ. Noch ein Sack, der Typ. Ich glaube, es ist ein Platt. Wir sind in der Bade. Wir sind ein Bade. Wir sind ein Bade. Wir sind ein Bade. Wir sind ein Bade. Was hilft ihm denn keiner, das ist ja total arsozwelle, also die Scheiße. Na gut, du weißt nicht, was die anderen machen, wobei meiner hat selbst Probleme, ne? Unit lost. Unit is under attack. Unit is under attack. Building completed. Upgrade completed. Upgrade completed. Unit is under attack. Black ops available. Unit. Unit is under attack. Unit is under attack. . 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 Warum haben die denn nichts gegen Luftverkehr? Äh, gegen Luft? . 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 Mooon, das ist ziemlich fertig hier. Go, go, go! Go, go! Oh, oh. Unload. Unload, Unload, Unload. Och Mann, hör doch auf. Immer wenn ich anfange... Ich hatte halt Grinches in meinen Super-Heinz und die haben seine Super-Heinz doch relativ zerpflückt. Und da wollten die halt schnell aufgeben. RANDOM. 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 sag mir mal wenn es losgeht dann kann ich eben noch mal e-mail checken ich bin noch mal e-mail Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, einen musst du schon wieder abziehen, das bin ich. Ja, sogar vier. Wer bist du denn davon? Hast du einen Namen? Ne, ich bin ja gerade nicht angemeldet, weil ich mein Passwort nicht weiß. Da haben wir vier Zuschauer. Jawohl. Ja, ne doch drei. Nightspot ist nämlich kein Zuschauer. Aber der ist einfach nur gegen Spam. Ja, hier der Chuck Morris. Also Morris ist auch gleich wieder abgehauen, weil er gleich einen Kommentar bekommen hat. Ja. 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 Sag mir, bevor du startest. Ja, klar. Ja, hat noch auf der Suche nach meinem Switch-Passwort. Nee, 1v1v1v1 ist immer unfair. Ja, immer. Ja. 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 Das ist das ist das ist das. das wenn die ein to-and-to holen könnt ihr ich bin fast ausschließlich deutsch oder es ist ja das was dran der viele was wenn wenn die mich nach meinem level fragen was sagen dann ich habe 18 oh gott rumpel was rumpel vorsken ja und lege vorhaut wenn man es genau wissen möchte eigentlich wollte ich gar nicht übersetzen wollte es gar nicht wissen aber wenn der level 19 ist dann ist er zumindest erfahren level online was will denn level wissen es ist echt nur peinlich was das ist richtig oh rami spielt iberian dawn Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, wir sind da aktuell in einer ziemlichen Marktlücke drin, wirklich mal einen deutschen Channel für dieses Spiel zu haben. Gibt es nämlich nicht. Jawoll. Der ist ein Turin. Turin? Turin, der schaut immer bei allen möglichen Act of Aggression Geschichten dazu. Ach so. Aber spielt selber nicht, oder was? Ja, gute Frage. Ab und zu vielleicht. Ja, wenn er nur Twitch schaut, kann er ja nicht spielen. Da ist das Traum. Aber ich spiele mit jedem, dass der Unterschied wie manche nur mit gewissen Leute zusammen. Just for fun. Okay. Just for my English viewers, this live in peace guy is not a buddy of mine. I don't know him. I don't know him. So. Jetzt können wir jetzt anfangen. Start the game. Ready, ready, steady. Go, go, go. Chimera, Chimera, Cartel. Und ich nehm random. 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 Oh, der soll bloß nicht Bunker Rush gehen. Dreh ich ab. Turin schlägt vor, dass wir den anderen einfach eine very hard AI dazu geben. Ja, saugut. Ich starte mal woanders. Oha. Ja, und ich wieder rechts. Außen. Ah, okay. Kein einziger mal in der Mitte gewesen. Wo startest du denn? Links oder was? We found oil. Jupp. Oh, nee. Ja, der Noob. Der Noob in der Mitte. Ey, wenn Static morgen wieder da ist, dreh ich ab. Hehehe. Building completed. Ready to search for resources. Building completed. Sir, I'm thrilled to announce that we found oil. Building completed. We found an unlimited bay, Sir. 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 We have reconnoitered this area. Ach, du. Slankt jetzt schon. Oh, noo. Oh, no, 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 no. We found an unlimited bay, Sir. Ah, son, nur ein Hick ab. Ich glaub. Nur ein kleiner Schluck auf. Also auf Peace brauchst du nie gehen, da gibt's nix zum Twitchen. Oh Gott. Was baut er denn jetzt? Was baut er jetzt? Er hat nicht mehr gescoutet oben auf dem Berg. So war er. Hauptsache ein LEM-Bahn. Du weißt schon, dass du für immer mit Peace jetzt in Verbindung stehst, ne? Ich bring dich immer mit Peace zusammen. Wegen dem Stream? Ja, ich hab ne Ausrede, ich hab damit nix zu tun. Ich kenn den gar nicht, den Typen. Ah. Ja. 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 immerhin konnte ich ihn dazu bringen das upgrade zu bauen für seine krasse ist oh gott der machten bunker rush gegen den kartell typen nein womit mit der mit der raffinerie ja was weiß ich was er da macht vor allem verliert er die gleiche auch noch wussten was achta wie lehm lehm mit lehm 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 oh wie lehm ist das denn ja wo ist denn sein bunker bunker er baut keinen bunker das der ist ja geil ach jetzt ist dort ein bunker ok er ist einfach nur feindlich der typ bisschen das hat ihn das verliert er ja ja und sein gegner da in der mitte quasi der kann wieder aufbauen das kostet so viel geld was er gerade macht wenn das fehl schlägt hat er echt ein problem der komfort sein dass der gegner jetzt die viper abzieht der könnte noch lücke haben das könnte funktionieren die zurückzieht warum ja weil er nicht zur bank hoch wollte wo ich bin die so schnell dauern der scheiß bunker da kommt nichts nach er verkackt dass das dritte spiel in folge ich wollte es nur mal erwähnt haben ja von wegen er verkackt eins alles klar der verkauft den auch nicht den bunker der ist ja richtig bekloppt ja das ist eine mysteriöse sache die gerade vor sich geht ihre das auch nicht so ganz schäme mich dass ich in ihm bin ich so langsam auch guck mal eben was die quitschzahlen sagen hier davon bin ich einer auch jetzt ist er an der bank dran mit diesen scheiß sniper fahrzeugen kotzen mich an was genauso zu angreifen ab und dann mit einer recon unit vielleicht damit könntest du die ein paar auto kaputt machen und er hat seine eigene base komplett ignoriert hat nichts gebaut was war immer ich wusste dass er zu meiner bank kommt dann auf ihn mit gebrüll ich bin dabei bloß das ding ist so schnell es klappt nicht so ganz knapp na immerhin der hat schon was gewollt jetzt das ist schon mal gut mal so übel ja ja das ist ja am das war ich bin Ja, guck dir mal deine Base und Peace Base jetzt an. Ja, das ist echt ein krasser Vergleich. Ja, aber voll. Oh Mann. Dann bau mal bitte einen Airport. Kann ich gerade noch nicht. Okay. Vor allem kostet ja 3000. Ich baue noch einen, aber gerade ist ungünstig. Okay. Ich muss eben selber zusehen, dass ihr hier was auf die Beine kriegt. Ich baue noch 1000 Bunker. Ich drehe ab. Wo fährt denn der jetzt schon wieder hin? Der ist so. Cool. Taktik ist so zum Arsch, die der spielt. Ja. Vor allem ist der Kartelltyp nicht schlecht. Was macht er da? Hat er das Schwein gehabt, dass er da oben gefahren ist? Oh. Oh my God. My goodness. What is he doing? Are you kidding me? Oh my God. It's a Puma. Was kann ich jetzt tun? Flugzeuge Boom 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 Yeah Great stuff Hm Scouting Baut die Scouting Ein Flugfeld wird gleich gebaut Bei mir Hey Ja im Prinzip nur zur Absicherung Maximum storage reached Unit is under attack Может nicht vertreten Schöpfen Spaudill pimple Auf Ab Geht Ab 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 Oh, ey, guck dir mal Peace an, der verliert die ganzen Dinger, der will mich doch echt verkacken, was macht der denn da? Ja. Der ist so schlecht, ohne Scheiß. Was ist nochmal die Definition von Geisteskrank, wenn man immer das gleiche tut und ein anderes Ergebnis erwartet? Das ist die Definition davon, oder? Nee, wer gibt denn da auf? Ach, das ist deiner vermutlich, oder? Nee, 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 das ist ja von der rechten Seite gewesen. Was? War ihm anscheinend zu doof. Doch, der Dings ist jetzt aber gefährlich, der in der Mitte, ne? Schimera hat Doppel-Dings. Doppel-Booms, ja. Ja. Aber der hat nur diesen Kartellkrempel. Der hat nur den Kartellkrempel, von daher geht das. Du sehen, dass du was gegen Terminatoren bekommst. Ja. Ja, hab ich. Drei SRS. What the fuck? Warte, bitte hoch. Please. Beide hoch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Ich muss mal noch mehr bauen hier, ich habe ganz vergessen was zu bauen Und noch mehr Air Force Air Force Upgrade completed Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Salami versucht, Deutsch zu lernen mit unserem Stream, auch nicht schlecht Der ganz unrecht hat er ja nicht vom Hören lernt man es, das ist richtig, ja Ganz genau Die war das mit der Bank oben, ne? Ja Unbalanced Das ist ja, die war immer schön Ja, da machen wir immer früh Die war immer schon mal eben ob da zufällig ein spiel auf ist 3 vor 3 das ist ein scare da ist der spinner schon wieder drin da gehe ich nicht rein noch ein platz frei deshalb ein vollpfosten meine güte ehrlich warum scoutet er dich auch nicht wenn er scouting würde würde direkt sehen was du vor hast um ein das und zum anderen wenn man gegen den chimera spielt muss man ja immer damit rechnen also stellt man einfach seine diese schwer da irgendwo hin zum beispiel die oder auch die scouts die man ja bauen kann was 3000 ist eine menge aber bringen es ist auch echt echt die schwäche von den usa dass die keine fünftige stealth detection haben die amy schon noch am stärksten sind ja ja das ist das ist richtig die mal nichts gegen gegen den helikopter der ist aber so schnell platt wie das wobei ich muss sagen gegen gute kartellspieler in den ersten 15 minuten es ist auch echt schwer ist was dran ja wo ich muss ja random nehmen ich bin mal ganz kurz weg dauert ja noch ein bisschen hier weißt du den eindruck doch Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind komplett. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, start. So. Ey, Pies, das war wieder so peinlich gerade. Das ist echt. Was hat er denn gemacht? Ach, dann wieder go, 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 go und... Oh, go, go, go. Und ich hab geschrieben, dass du halt kurz AFK bist. Oh, ich bin in der Mitte. Ja, ich bin in der Mitte. Ja, war dabei, du. Hey. Peace. Also Schwachstelle ist links von mir. Oh, ich find das echt lustig. Ich find das echt lustig. Ich dachte, erst kommt keiner für eine halbe Stunde und dann, wenn man einmal AFK ist, dann kommen sie alle. Ja. Vor allem, wenn du in den Titel noch schreibst, dass du Streams, kommen bestimmt alle, weil die alle geil da drauf sind. Ja, vor allem, wenn ich das da reinschreibe, dass ich streame, dann gehen alle auf mich. Ja, das kann sein. Das ist das Phänomen, was ich beobachtet habe. Dann wollen die mich alle mich kaputt machen. Würde ich auch so machen. Dann wollen Sie mich auf. Dann wollen Sie Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin alle hier. Ich bin alle hier. Ah, bist du Chimera? Ist ja lustig. Ja. Kannst du doch gar nicht. Nee. Das Ding lebt noch? What? Lebt der denn noch? Muss man eine Banane essen währenddessen, das ist ganz schön anstrengend. Multicasting. Ist ja ein bisschen. Und das ist ja schon. I'm all here. That one might a sticky end. Upgrade completed. That one might a sticky end. Whatever you want. Come on men, attack! That one might a sticky end. Oh god, Nina. Oh my god. Was deiner. Unfassbar. Unfassbar, echt. Als ob das jetzt so ein Beinbruch wäre. Ja, was ich jetzt mache, schon eher. Ich kann nicht zulassen, dass einer jetzt doppelte Ressourcen bekommt, das wäre relativ kacke. Oh god, das ist ja schon lächerlich, was da bei dir abgeht. Ja. Da ist was dran. Der verkauft alles. Ja. Ist aber gar nicht so doof. Aber zweite Base ist auch geil. Was hast du da eingenommen? Primärer oder was ist das? US. US of A. Was ist das? Erroring completed. Erroring completed. Erroring completed. Erroring completed. Uh. Errorer. Steilin. Erroring. Erroring completed. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 La 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 Base is under attack What? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ehring completed. Ehring completed. Enemy building. Ehring completed. Ehring completed. Gott, die Leute geben auf wegen drei Infanteristen, ey. Ich kacke ab. Ich kacke ab. Okay, ich greife mal an jetzt. Rumrum. Go, go, go. Der gibt auch gleich auf. Das denke ich auch. Gerade, dass das nicht zu richtigen Spielen kommt, also. Let's go. Okay. Let's go. 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 Oh, big boom. Oh, Mann. Bei 145 Leuten kann ich nicht nach guten Spielern suchen. Da kommt keiner mehr rein, glaube ich. Wenn ich da reinschreibe, 3 gegen 3, no noobs, bla bla. Das ist ja gar nichts, was ist denn da los? Ja. Wir brauchen neue Maps. Also die Streamzahl steigt, es sind jetzt schon 5. Immerhin. Immerhin. Also am besten läuft es, glaube ich, so Sonntagabend und Samstagabend. Ja, Samstag weniger. Ja, Freitag und Sonntag. Dann kann man schon mal über 10 kommen. Ja, das glaube ich dir. Ich bin jetzt schon mit wenig zufrieden. Boah. Es gibt eine Menge Leute, die gucken einfach Twitch, während sie was anderes spielen. Ja, oder wenn man nebenbei irgendwas anderes macht. Ja. Das ist ein bisschen wie Radio hören. Warum lade ich eigentlich live in peace immer ein? Ja, aber ich habe sogar gesehen, du bist mit dem befreundet. Ja. Du hast ihn mir angedreht, Kollege. Ich kenne ihn nicht. Ja, ja. Das ist eigentlich ganz geil. Weil der ist eigentlich so die Comedy-Nummer in diesem Channel. Ja, schon. Kannst du sehen, welchen Namen bei dir zu gucken? Im Stream. In der Zuschauerliste geht das. Da ist jetzt einer weniger geworden. Da sind die üblichen Verdächtigen, die aufschreiben. Ja. Schreibt er das auch noch? Ich habe das mal gehabt, irgendwie so um 2 Uhr nachts oder so oder 3 Uhr. Ich habe kein Spiel zusammenbekommen mit 3 gegen 3. Ja, das glaube ich dir. Das ging nicht. Über eine halbe Stunde haben wir gehabt. Aber bei 145 Spielern, das ist ja auch nichts. Ja, davon sind mal locker flockig 140 im Game oder so. Das heißt, 5 in der Lobby im Schnitt. Übel. Wir müssen unbedingt neue Maps rausbringen. Wenn ich dieses Spiel mal irgendwie 5 Maps mehr hätte oder sowas, dann wäre schon mal viel gerettet. Ja. Ja. Ja, stimmt. Es sind zu wenig Maps. Ich will einfach mal einen Map-Editor rausbringen. Wie wäre das denn? Ja. Mann, Mann, Mann. Was ist mit Peace Cop, der dich wäre? 2 und 2 finden wir schneller. Ah, da ist er ja. Wahnsinn. Was hat der eigentlich eben gemacht? Ja, auf, äh, das Gebäude eingenommen. Der, die hatten wir schon mal. Cobra ist nicht schlecht. Boah, und der hat es wieder mit dem Team nicht hinbekommen. Der ist zu durf, der Typ. Gehen wir halt gegen ihn. Ja. Ja, selbst schuld. Er war der dritte, der im Spiel war. Richtig. Cobra ist nicht schlecht. Ja, das stimmt. Endlich, endlich haben wir eine gute Mate. Ist aber eigentlich ein Chimera-Spieler, soweit ich weiß. Hello. Ja, vielleicht will er ja mal ein bisschen Pfeffer haben. Der Pfeffer. Der schreibt nicht zum Starter einfach. Wenn, wenn wir einen sechsten haben. Ja, klar. Ja. Ich warte ein paar Sekunden, weil wenn man es sofort startdrückt, dann gehen viele deswegen raus. Ja, das ist ja auch richtig. Okay. Good luck and fun. Oh, wir spielen gegen Peace. Ja, aber dann will Peace bestimmt gegen uns Bunkern machen. Gegen mich. Bunker Rush. Ja, das kann gut sein. Ich werde auf jeden Fall mein Haus besetzen. Vielleicht mal auf beiden Seiten. Oh mein Gott. Ich bin Kartell. Oh fuck. Das wird lustig. Oh nein. Oh no, oh no. Kartell. Also, ich bin in der Mitte. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Ihr besetzt einfach alles. Ja. Jetzt kriegt er so auf die Fresse, ey. Ich hoffe. Aber das wird schwierig mit Kartell hier. Schon versprechend. Willst du mir erzählen, der spielt gut Amerikaner? Nö. Nicht gegen Kartell jedenfalls. Ich glaube das wird das erste interessante Match heute Abend. Das kann gut sein. Einfach nur, weil wir auch eine geilere Mate haben. Der kann auch tausend Fehler machen. Der ist trotzdem besser. Der baut jetzt schon besser als Aristoteles, hätte ich das gesagt. Du Oschlauch. Oh, bei mir ist Daddy. Daddy ist gegenüber. Big Daddy. Mal gucken, gegen wen ich spiele. Auf jeden Fall Gebäude besetzen. Äh, ich? Oder was mit was? Oh, was wirst du denn? Keine Ahnung. Achso, dann mach ich das. Heast ist ganz rechts. Der spielt gegen die Cobra. Okay, ich werde den mal kontinuier scouten, damit wir wissen, was der für einen Schabernack vorhat. Keine. Ich weiß, ich habe hinten nicht gescoutet. Doch, hast du. Ach, da hinten. Da kann ich ja eben hinfliegen. Döde ist ja kein Problem, wahr. Oh, das Öl. Yay. We found oil. Oh my god. So nice. Danke. Yo. Building completed. Unders, receive. Hey, Scouted Peace nochmal. Gucken, was der Kollege vorhat. Das merkt er ja früh. Gott. Das ist vielleicht ein hoher... Also... Gott. Der hat sich bestimmt gewundert. Hä, da spielt ja einer genauso wie Aristoteles und geht gleich auf die Bank. Ich finde es gut, wenn er gegen uns spielt. Ja, wir machen was anderes hier. Upgrade completed. Roger. Der hat keine Barracks. Der baut ein Recon Team. Hahaha. Ich komme mit dem Recon Team vorbei. Für wem? Ach, Cobra. Was macht Cobra denn da? So gut ist er aber nicht, der Kollege. Vorsicht, da kommt eine Recon Unit. Was macht Cobra denn? Der bunkert sich ein? Was soll die Scheiße denn? Eine sehr gute Frage. Oh, Mörser. Interessant. Warum... Warum macht er das? Boah, du... Wenn du jetzt... Oh mein Gott. Du wirst mit dem Prison bauen. Dann hast du richtig... Richtig... Richtig geile Aussichten. Geht in die. Ich denke, es ist eine Einwanderung. Ich denke, dass es ein Hustelpferd ist. Jetzt muss er ein sein. Ist er denn da, 피�. Wenn der mit seinem Amvi immer da hoch kommt? Ist er eigenartig. Oh mein Gott. Oh mein Glutzt. Das ist auch meiner Oh ne, jetzt sag nicht Peace hat die Base, das wäre natürlich richtig scheiße Da ist was dran Ein bisschen spielen kann er, ja Bei unserem Glück hat er das bestimmt bekommen Beide tot, achso, ein Artillerieturm Oha Kopa, die ist doch nicht gut, was macht die da, die hat sich voll eingebunkert Boah, hier ein Sniper, ey Ja, pass auf Der Wichser Er hat die Base bekommen Ohohoho, das ist ein Problem Ich bin Kartell und er hat die Base von USA bekommen Oh Not good Oh, geht der mir auf den Sack Ja, ja, ja Aber der wird garantiert wieder nichts gegen Metal Storms bauen Das macht der nie, der baut nie was gegen Metal Storms Warum bin ich ausgerechnet jetzt Kartell? Ohohohoho Oh nein, nein Aber jetzt geht er auf Bunker schon Wo bunkert der? Hier oben bei mir Bei der Bank Wie kommt er da denn hin? Da kommt er doch gar nicht hin Bei seiner Bank Bei seiner Bank Bei seiner Bank Bei seiner Bank Heiße, der hat jetzt so viel Geld hier, musste dich anstrengen Oh, der D geht ja auf Super 1 Oh, der D geht ja auf Super 1 Oh, der Epic Wer ist denn da? Bekloppt oder so? Kannst du das kontern? Ich hoffe In der Regel In der Regel schon Ja, ja, ja In der Regel schon In der Regel schon Eine Lied hier Leute.